Bei seiner Jubiläums-Show überraschten die Kinder von Roland Kaiser den Schlagerstar. Jener konnte seine Tränen nicht mehr zurückhalten. Roland Kaiser. Er befindet sich mit Ehefrau Sylvia auf Hochzeitsreise. Dieser Hochzeitstag ist für ihn ein ganz besonderer. Denn Roland Kaiser, 71, und seine Sylvia, 58, leben gerade ihren Traum. Sie sind fast vier Monate auf Weltreise. Wenn mich vor zehn Jahren jemand gefragt hätte, ob ich mir vorstellen könne, mal in Guatemala, auf den Fidschi-Inseln oder auf Samoa sein zu können, hätte ich sicher gelacht. Sagte er der Zeitschrift bunte und verriet, an unserem 28. Hochzeitstag schippen wir irgendwo auf dem Pazifik umher. Roland Kaiser. Bei seiner Jubiläums-Show übermannen ihn die Gefühle. Und dass sich der Schlagerkönig an diesem Tag auch seinen Kindern sehr nahe gefühlt hat, das kommt nicht von ungefähr. Denn zu allen hat er ein inniges Verhältnis. Wie sehr sie ihn als Papa schätzen, haben diese vier jungen Menschen ihm in einer bewegenden Videobotschaft erst kürzlich wissen lassen. Als Gast der TV-Show Giovanni Zarella präsentiert. 50 Jahre Roland Kaiser konnte der Schlagerstar in die Gesichter von Jan, 28, und Tochter Annalena, 24, aus seiner jetzigen Ehe blicken. Ebenso überraschten ihn Sohn Hendrik, 33. Stammt aus Rolands zweiter Ehe mit Schauspielerin Anja Schüte, 59, und Stiefsohn Tim, 36, den Silvia mit in die Ehe brachte. Als dieser verkündet, er ist ja nicht mein leiblicher Vater. Ich kenne ihn aber seit ich sechs bin, also gut 30 Jahre jetzt, und trotzdem ist er wie ein Vater für mich, ist der Sänger sichtlich berührt. Die Worte von Jan gehen ihm besonders ans Herz. Papa ist einfach ein unfassbar liebevoller Mensch, mit dem ich ein ganz tolles Verhältnis habe. Er hat früher immer gesagt, mein großes Ziel ist, dass du irgendwann sagst, dass ich dein bester Freund sei. Und das kann ich heute bestätigen. Das ist so. In diesem Augenblick greift Roland Kaiser verlegen zum Taschentuch. Es sind diese Momente der Rührung, die für ihn am meisten zählen.